Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid, ich bin zu eurer Sly. Oh, es geht direkt weiter, nachdem wir eben gerade einfach mal die erste Horde weggeballert haben. Das hier scheint dieses Sagen umwohmende Dice-Land zu sein, von so einem in den Märchen erzählt hatten. Ich sag ja, ich werde hier nachher alles Geld der Welt einmal raussuchen. Ich weiß nicht, wie teuer nachher die Karten sein werden, aber ich sehe zu, dass ich alles an Geld erstmal mitnehme. Ich weiß nicht, was ich finde. Ach, das da. Na dann. Was kommt jetzt, ein Boss? Oh. Oh. Ja, blinzelt es glaube ich auch, oder? Oh, hier. Auf jeden Fall ist das irgendeine Geräuschkulisse. Sprechen wir mal mit dem großen Würfel, der liegt und blinzelt. Der älter Würfel, äh, cool. Noch ein lebendiger Würfel. Sponch da ab. Oh, kein Grund, okay. Du lebst definitiv. Ich verstehe dich nicht, Junge. Er wartet auf seinen eigenen Würfel-Spieler. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Aber kein Grund, beleidigend zu werden. Du bewegst dich nicht, bis der richtige Würfel-Spieler kommt. Du hast seit Jahrzehnten niemanden mehr wie mich gesehen. Ich schätze, ich bin jetzt eine Würfel-Spielerin. Kann ich helfen? Okay, okay, ich habe es kapiert. Ich bin jetzt nicht. Ich bin vielleicht nicht deine Würfel-Spielerin, aber ich kann trotzdem helfen. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Du bist schlimmer als ein Wookie, Junge. Kein Wunder, dass du deprimiert und unberrisch bist. Okay. Sicher, dass du nicht hier mit mir was hin willst, irgendwas machen willst, Fancyes? Nein? Okay. Sehr schön, wie Dicey erst mal in meinen Rücken klebt. I like. Boah, ich werde nachher alle Karten dieser Welt kaufen, ey. Aber wahrscheinlich kosten die nachher so hunderter Stück oder so. Ich sehe das schon. Willst du uns jetzt prügeln? Ja, wir tun uns prügeln. Oh, da ist eine Karte. Mit einem dunklen Ritter? Okay. Ja, das habe ich schon rausgekommen. Na endlich mal ein volles Blatt, wo doch mal Zeit. Komm, Alter, na eins, ey. Okay. Gib mir noch eine zwei drauf. Ich schwöre eine Bombe. Schieß auf sie oder schlag sie. Jetzt aktivieren, gehen Deckung. Erstmal die Punkte holen. Ich hab Leuten wie getan. Alles ist gut. Ach, da ist sie, muss die Dinger einsagen. Volles Blatt, weiter geht's. Ich glaube, es wird Zeit mal für eine Waffe. Ja, es wird Zeit für eine Waffe. Lass mal schauen, wem geht's denn an den Kragen. Hey. Hey, ich drück schon ausweichen, weißt du? Oh, meine Waffe ist kaputt. Wie viel hab ich denn von den Dingern hier? Krieg ich mal eine sechs? Okay, ich hab anscheinend nur geendet. Sag mal. Und jetzt geht's aber auf die Rübe. Komm, komm, mit zwei wieder, Alter. Was bin ich denn unfähig? Okay. Hau raus. Komm, heilen tun wir auch noch. Weg mit dir. Komm, da ist sie. Okay, es gibt wieder eine Belohnung. Wir kommen zumindest, das Kampfsystem ist cooler als erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Mit den Würfeln ist auf jeden Fall was komplett anderes, dass du Gegner anschwächen musst, um mal sozusagen dich aufzuleveln, aufzuladen, aufzuladen, Entschuldigung, das trifft es besser. Um sich aufzuladen, um dann deine Moves überhaupt durchführen zu können. Oh, da ist es Energie, wie viel Energie ist Reichweite, denk dran, dass du da sie losschicken kannst, den du nur gezielt anvisierst. Ja, das hab ich schon. Und während ich weiß, dass es immer sehr komisch ist, wenn, was du denkst, war ein Novel ist, dass es eine sehr kurze Geschichte ist, all ich kann tun, ist zu entschuldigen. Dice, da! Get him, Dicey! Dicey, da! Oh. Dicey, da! Volles Blatt! Ah! Wie ist denn ein, ey? Na gut, hier ist ja alles nichts, ne? Ne, mehr ist nicht drinne, Junge. Move, Junge! Oh, das Blatt, ab geht er! Mal mehr als ne zwei. Oh, ne drei. Nice. Äh... Drei reicht mir eigentlich nicht, ich würd's mal mit Fallen probieren. Erstmal teile ich mich ne Runde. Und dann will ich mal wissen, wie's mit den Fallen ist. Okay. Vielleicht nehmen wir auch die Waffe einfach. Ist noch okay? Wenn du würfelst, wirst du dir nur... Blau leuchten, nur ein oder zwei Punkte. Sehr kacke. Okay. Dicey! 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 Sieht so aus, als würden dir einige Punkte fehlen. Oh, darum habe ich Punkte. Ich werde dir helfen, Punkte zu deinem Punktologen zu finden, der dich repariert. Ich habe vorhin noch ein Glas voller Punkte gefunden. Was ergibt jetzt plötzlich so viel Sinn? Okay, wir sollten los. Ich habe keine Ahnung, da wird ja nichts Sinnvolles an Content mehr rumkommen. Wir sind beide random, den Zufall zurück. Wuiui. Okay, Dicey, rennt vor. Ich will ja keine Karte oder so was verpassen. Dicey, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Sind so alle Würfel verschwunden? Weil da so eine Absaugvorrichtung vorhanden ist? Und warum sehen wir aus wie... ...ne Käsereibe? Weiß ich nicht. Hä? Okay. Absaugvorrichtung. Naja, wurde schon immer so... ...wurde schon schlimmer genannt. Wow. 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 Oh mein Gott. Ja, wir rennen das Licht jetzt mal runter und schauen mal. Wer bist du? Wohin fühlt mich das Ganze? Okay, kann ich nicht wegschubsen? Dabei habe ich noch gar nicht gewürfelt, ne? Sie können gar nicht wissen, was ich überhaupt bin. Oh, irgendwas ist hier. Look at the dirty trash, Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy wanna. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a wanna. You can smell it on her. Oh. You think you're smarter than the black dice? Um, uh, I mean, no, I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all, so you lied to me. Either way. Um, uh, I mean... Lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just... Now, now, there's no room for pity. Either everything's fair or nothing is fair! What? Okay. Yeah, I'm just a catapult. Yeah, yeah. Uh, a water. Off to the garbage for you. I'm not garbage. Well, agreed and disagree, love. Ha, ha, agree you. What are we doing? And what are we doing? We're going to die. Ratten? Okay. Der Heilpaketzentrum hier, hahaha, auch das würde mich nicht wundern. Immer auf der Suche nach Loot, ihr kennt mich. Ein oder zwei, also wenn man zwei oder eins würfelt, hat man... ...muss jetzt würfeln. Das war einfach als erwartet. Wir sind jetzt in zwei Stadt. Niemand weiß bisher, was der Geist will. Wie red's denn ja selber noch? Der verpisst sich immer mehr. Okay, also hier ist zwei Hausen, oder zwei Stadt. Ach so, das Ding soll ein Mond darstellen, okay. Weil dann wie ne zwei ist, oder was ist der Witz an der Sache. Ey, die Figuren sind so gut vom Aussehen her. Okay, der Wortspiel in dieser Stadt ist anscheinend zwei. Oh, have you come to see our new moon? Oh, you're in for a treat. Vielleicht will der Geist sein Laken ohne Löcher auch möglich, damit er irgendjemanden heil ist, ne? Oder der Geist will vielleicht sein Laken nur mit einem Loch. Niemand weiß es. Zwo Bias. Oh Gott, das ist jetzt alles Anspielung auf zwei und zwei. Anstatt Tobias, zwei Bias. Oh Gott, das wird flach. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles gut, euer Slide. Ciao.